Dieses zu veräußernde gut gepflegte Vierzimmer-Rhein-Mitte-Haus steht in Lünen. Das im Jahr 1978 erbaute Objekt verfügt über zwei Etagen. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Garagenparkplatz. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 186 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 150 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 164.900 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. 106 Quadratmetern 106 Quadratmetern 106 Quadratmetern 106 Quadratmetern 106 Quadratmetern